Fabi, kann ich auch einen Schluck? Ja, klar. Dankeschön. Okay, was ist gerade passiert? Ich bin kein Einhorn. Bin ich Bui? Nee, da vorne ist Bui. Ich bin nicht Bui. Ich bin in Leons Körper. Du bist ich. Nein, du bist ich. Ich bin du, Schinken. Das passiert hier gerade nicht wirklich. Alter, bin ich dünn. So dünn bin ich gar nicht. Yo, 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 weißt du was? Was? Ich habe blaue Haare. Ich bin jetzt die blauhaarige Lesbe. Und ich habe, also ich habe, ich habe eigentlich nichts cool. Du hast zwei Kaugummis in deiner Hosentasche. Woher wusstest du das? Weil das meine Hose ist. Scheiße, du hast verdammt recht. Hose. Ja, Hose. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wir können... Ah, verdammt, wieso spüre ich denn deine Schmerzen? Ah, jetzt hör auf mit... Okay, witzig, reicht jetzt auch. Ja. Oh, du dumme Sau, ich hasse dich. Daran könnte ich mich gewöhnen. Mir reicht es. Ich werde es jetzt beenden. Nein, merkst du nicht, dass wir nicht mal aus unseren Körpern rauskommen? Wir sind gefangen. Doch, einen Ausweg gibt es. Einer von uns muss ein Musical.ly machen. Das, das hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Stimmt. Oder einer von uns erschießt sich einfach. Ja, klingt logisch. Cool, ne? Ich mache es nicht. Du nimmst jetzt die Waffe und beendest das. Warum ich? Du hattest die Idee. Na schön, dann sag Lebewohl zu meinem Körper. Wow, ich bin wieder, ich bin, ich bin, oh mein Gott, wir sind im Hund. Ich gehe mich erschießen, Alter. Würdet ihr mit einem Freund den Körper für einen Tag tauschen und wenn ja, was würdet ihr machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wir sind echt gespannt auf eure kreativen Ideen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von solchen Sketchen sehen wollt. Wir sehen uns wieder diesen Samstag und nächsten Dienstag. Ciao. Ciao.